Aus Oberdonau berichtete die Gestapo, die Meldung vom Ausbruch des Krieges gegen die Sowjetunion habe allgemein Bestürzung ausgelöst. Mütter von Söhnen und Frauen von Ehemännern, die in Polen standen, seien in größter Sorge um ihre Angehörigen. Mit den ersten Siegen der voranstürmenden Wehrmacht stabilisierte sich die Stimmung. Überschäumend war die Begeisterung deshalb noch lange nicht. Im September 1941 hieß es im geheimdienstlichen Stimmungsbericht sogar, ein Großteil der Bevölkerung stehe denn außerordentlich am Folgen im Osten nach wie vor gleichgültig gegenüber. Vor allem die ländliche Bevölkerung sei hauptsächlich an einer einzigen Frage interessiert, wann der Krieg endlich zu Ende wird. Je länger die Sache dauerte, je näher der Winter heranrückte, desto stärker wurden die Zweifel. Würde es Hitler in den weiten Russlands ergehen wie einst Napoleon und seiner Grand-Armee? Eine bange Frage. Die allgemeine Lage verschärfte sich ab Anfang 1942 erneut. Ohne Bezugsscheide war so gut wie nichts mehr erhältlich. In Osttirol verlangten die Geschäftsleute von den Bauern beim Einkaufen von allen möglichen Gebrauchsgegenständen Bauernpunkte. Das heißt Butter, Speck, Würste, Fleisch, Wolle etc. Alles natürlich unter der Hand. Insgesamt war die Versorgung in agrarischen Regionen besser als in der Stadt. Als Steffi Jone von einem längeren Landaufenthalt zurückkehrte, wurde sie wegen ihres guten Aussehens bestaunt. Ihr Kommentar? Ja, wenn man Bauernbrot und Vollmilch bekommt, die tun ihre Wirkung. Kartitsch, wo Oswald Sint lebte, war bald ohne junge Männer. Zwei waren schon 1940 als Gebirgsjäger beim Kampf um Narvik getötet worden. Viele sollten noch folgen. Im Laufe des Krieges fielen vier der fünf Söhne von Oswald Sintz Nachbar. Günter Gubeck stellte in Wien auf dem Fußballplatz fest, dass die Männer sukzessive verschwanden. Bei den meisten Vereinen spielten nur noch 18- und 19-Jährige. Und das Publikum setzte sich in erster Linie aus Jungen unter 17 und Männern über 45 zusammen. Auch die Polizei war offensichtlich stark ausgedünnt worden, denn in den Parks und auf den Straßen hatten Gruppen von Jugendlichen das Sagen. Sein zur Wehrmacht eingezogener Onkel Karl verkündete dem mittlerweile 14-Jährigen, wenn der Krieg noch eine Weile dauert, bist du vielleicht auch noch getroffen. Im Falle des Falles solle er sich überall hinmelden, bloß nicht zur Waffen-SS oder zu den U-Booten. Leopold Gubeck, Günters Vater, führte währenddessen Fronturlaub mit Karl lange Gespräche unter vier Augen. Als Angehöriger einer Transporteinheit hatte Karl furchtbare Dinge miterlebt und erfahren. Die unmenschliche Behandlung der aus der Sowjetunion nach Deutschland verschleckten Zwangsarbeiter etwa. Oft seien sie tagelang in Viehwaggons gesperrt worden, ohne aussteigen zu dürfen. Viele seien unterwegs gestorben. Und noch etwas, schier unfassbar. Kranke seien in geschlossenen Planwagen transportiert worden. Mit einem Schlauch habe man Motorabgase in den Innenraum geleitet, bis die Menschen elendig erstickten. Leopold Gubeck nahm endgültig Abstand vom nationalen Sozialismus Hitlers. Im Flüsterton, hinter vorgehaltener Hand, sprach sich langsam herum, wie es in diesem Krieg zuging und zu welchen Verbrechen dieses Regime fähig war. Im Flüsterton, hinter vorgehaltener Hand, sprach sich langsam herum, wie es in diesem Krieg gibt.